So. Jetzt haben wir noch Energieschnecken, da fehlt noch eine Violette, aber ich weiß wohl wo sie ist. Quarz, Schwefel. Also es fehlt nur noch Catherium, Energieschnecken und Quarz. Okay, Quarz habe ich jetzt eine ganze Menge geholt. Ich brauche jetzt also nochmal 10 von den Oszillatoren und die Rahmen. Och, Alter. Warte mal, die... Genau, 100 davon und nochmal 10 Oszillatoren. Ah, äh, nein, falsch. Ich brauche aber 10. Okay, es sind die Kabel. Habe ich hier nicht noch irgendwo eigentlich eingestellt, dass ich auch Kabel produziere? Vielleicht da oben. Und schon wieder drei. Fertig. Ja, natürlich. Hier oben werden ja auch Computer gebaut. Computer. Geht aber sehr langsam voran. Überraschung. Es geht anscheinend so langsam voran... Dass ich hier schon ordentlich Kabel wegnehmen kann. So, Kabel. Au. Jetzt brauche ich... Äh, modulare Rahmen und stabile modulare Rahmen. Da habe ich noch genug Platz im Inventar. Ah. Gerade so. Oh! Das sind die, genau. Die zu bauen brauche ich modulare Rahmen. Die modulare Rahmen bleiben aber irgendwie aus. Die Frage ist... Warum bleiben sie aus? Hier steht echt alles... Echt alles... Äh, äh, still. Stumm wollte ich gerade sagen. Ja, hier steht alles stumm. Rotoren. Ja, okay. Von wo kommen die? Ah, okay. Dann gib mir doch die auch gleich noch. Und hier kommen dann wahrscheinlich die stabilen rein, ha? Oh, wow. Fünfzehn. Ich bräuchte aber 23. Ah. Was heißt, jetzt fehlen noch... Acht. Einer ist da gerade gekommen. Jetzt fehlen nur noch sieben, weil ich mich nicht verrechnet habe. So. Was ist es, was hier fehlt? Dem Ding fehlen andauernd Schrauben. Okay. Wo war das jetzt? Da hinten, oder? So, und von wo kommen die Schrauben? Hm? Hm. Hm. Okay. man kann bis zu 500 ok ok das ding braucht auf jeden fall gut zeit so wie viele haben wir jetzt 2 oder 3 müssten es sein 3 jetzt fehlen noch 4 3 guck mal da den tue ich nix der mich nicht bemerkt hmm guck mal da guck mal da Untertitelung des ZDF, 2020